Also grundsätzlich zeigt sich, dass die österreichische Bevölkerung deutlich mehr Information zu Assistenzsystemen und automatisierten Fahren haben will. Wir haben in Fahrschulen auch Fahranfänger gefragt, ob sie Fahrerassistenzsysteme nennen können. Da haben zwar 40 Prozent drei Assistenzsysteme nennen können, aber viel erschreckender ist, dass vier von zehn kein einziges nennen konnten. Die österreichischen Konsumenten haben uns bei unserer Befragung geantwortet, dass zum überwiegenden Teil die Fahranfänger mal damit in Kontakt kommen sollten und um die Fahranfänger zu erreichen, ist natürlich das probate Mittel in die Fahrschulen zu gehen und diese Fahrerassistenzsysteme sowohl in der theoretischen Fahrschulausbildung als auch in der praktischen Fahrschulausbildung zu integrieren und dort den Fahranfängern zu erklären, wo die Chancen und Risiken der unterschiedlichen Systeme bestehen und wo vor allem die Grenzsituationen der Systeme eintreten.